Herzlich Willkommen zurück zu einer Folge Sniper Elite. Ja Leute, leider habe ich da ein leichtes Problem gehabt in der letzten Folge. Ich habe ohne Voice aufgenommen. Ja. Und leider komme ich nicht mehr an die Stelle zurück. In der letzten Folge, die ich aufgemacht habe, habe ich zwei Offiziere getötet. Ja, ich hoffe, dass euch das jetzt nicht groß ärgert und ihr weiter guckt. Also mich ärgert es mega. Aber egal, wir machen jetzt weiter. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Und weiter. So. Wir töten noch den Offizier hier. Und Schmidt. Okay. Da hinten läuft noch einer. Ja, der wächt sich weg. Okay. Ja, gucken wir gleich mal, ob wir da einen wegholen können. Von denen. Da hinten, den könnten wir doch locker wegholen jetzt. 150 Meter. 100. Also gehen wir ein bisschen höher. Betroffen, aber nicht tot. Warum nicht? Der sitzt aber. Der müsste weg sein jetzt. Oh, Jesus, der ist platt. Oh, 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 oh. Weiter bewegen. So, wir müssen durch links rüber. Den General töten. Ne, das sind Offiziere. Der war Schmidt nochmal wendekalt. Und. Theoretisch dürfte hier keiner sein. Ich weiß nicht, ob jemand ist. Keine Ahnung. Mal gucken. Natürlich wahrscheinlich... Ah, wir müssen da hoch, oder? Ah, wir müssen da hoch. Ich weiß nicht, ob wir hier hoch sind. Können wir uns noch hangeln? Ah, wir können auch hangeln, oder? Da muss aber hinten sein. Vielleicht nice, wenn wir da hoch gehen würden. Da ist da oben jemand. Warum muss jemand sein? Das Ding nervt ja, ne? Ja, das nervt. Da oben steht jemand, ey. Du Scheiße. Nein, weg hier. Oh, das war ja geil gemacht von mir. Okay, wir holen hier weg, Jungs. So, Mädels. War der Helm, oder was? Der ist mit der Arm gebrochen. Der geht nirgendwo mehr hin. Ich glaube auch nicht. Und wie überlebt der denn? Augen schuss. Auch geil. Auch geil. Wechseln wechseln. Bin ich hier rüber? Warte. Geh da rüber. So. Hier waren halt ja auch welche. Da ist auch schon einer. Links von uns müssen wir auch. Wo ist der denn? Da oben irgendwo. Wo bist du? Nee. Da? Keine Ahnung. Jetzt hinter uns. Also irgendwo da oben, oder? Egal. Ich weiß nicht, wo der ist, aber der ist jetzt weg, der Kollege hier. Der ist hinter am Zelt. Ist der Tief? Shit! Oh, der nächste Korn. Ey, wo ist der? Ey, hallo. Wo sind die denn? Ich höre. Sie sehen die ja nicht. Ach, der steht da im Gebüsch. Und ich sehe den nicht, ey. Blind, blind, blind. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Ich weiß nicht, warum die jetzt nicht tot sind. Oh, tut weh. Der ist auch weg. Den müssen wir holen. Okay, Ziel erledigt. Das war der Fritz. Das war der Fritz. Aber jetzt müssen wir noch ein Schmidi klar machen. Was ist denn da? Die Brücke. Die Brücke. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Ja, super. Ja, weiter. Das war der Fritz heilen. Und jetzt. Oh, was? So. In deinem Haus ist ein Feind. Von mir geht's. Es war der Fritz. Was? Es war der Fritz. Deshalb besten. Er ist in der Fritz. Die Brücke. Und dann war der Fritz. Die Brücke. Die Brücke. Die Brücke. Die Brücke. And ihr ist sehr sicher. Okay, um zwei. Könnte ich natürlich jetzt... Ah, wir nehmen den ja, den machen wir weg. Ah, ich weiß nicht, E oder F. Mal gucken. Dreh dich nicht um. Oh! Ich hab schon wieder einen Stein geschmissen, ich Idiot. Ey, Mann. Er redet direkt in mich rein. Oh, geil. Ja, Schmiri. Willkommen. Die Villa. Da. 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 Okay, dann gehen wir auch. Dann holen wir uns den Schmiri. Oh. 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 Aufschluss. Das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein. Wo läuft mich? Oh, da noch mehr. Oh, da noch mehr. Oh, ist nicht tot? Er ist nicht tot. Wo ist der Scharfschütze? Wo ist der Scharfschütze? Sein Gebüsch muss er sein. Nein, leider nicht. Leider. Oh, Schuss. Fähig. Nein. Das hier wird sehr nützlich sein. Ja, drei Schüsse. Genau. Ah da, was ist denn mit dem? Boah, Mann. Stirb doch, ey. Wo war jetzt die anderen beiden dran? Das ist drei sogar, okay. Ja, das ist ein, das ist ein. Wo ist der Scharfschütze? Ja, wo ist der Scharfschütze? Ja, das ist ein, das ist ein. Oh! Entschuldigung Leute, ich habe ja dummerweise eine Landkarte geschmissen. Irgendwo, wo muss der sein? Ich habe ja schon eine Handkarte geschmissen, der Vogel. Er nähert sich mal in der Position. Oh, ich habe wieder die Nase weggeschossen. Das tut weh. Er lebt auch nicht mehr. Das ist alles. So, auf dem Weg zum Schmiddy. Jetzt wird der General Schmid, sie machen wir es dann platt. Er dreht doch schon wieder einer, ey. Mein Gott. Oder? Natürlich. Guck schon. Zeig deinen Kopf. Auf dir, gute Nacht. Mehr finde ich nicht. Ja, machen wir mit dem MP40 weiter. Schmiddy, bist du drinnen? Obst du? Schmiddy sucht mich? Okay. Wir dürfen den Star der Show nicht warten lassen. Ja. Schmiddy sucht mich auch nicht. Schmiddy sucht mich auch nicht. Mal sehen. Kumpel. Kumpel. Schmiddy haben wir erledigt. Was ist jetzt unser Job? Abbauen. Von der Insel fliehen. Die kommen von der Insel. Ja. Dann machen wir das. Und an 19 Meter kriegen wir da wohin. Wahrscheinlich, wenn jetzt ein oder andere Gegner kommt. Entschuldigung. Lad nochmal schnell nach. In dem Brief wird ein gewisser Kessler erwähnt. Da klingelt was. Nächstes Mal Helm auf. Okay, ins Auge bringt der Helm auch nicht viel. Gib's zu. Wo flüchten wir denn? Irgendwo da unten links. Da unten. Uh, nein. Nicht runter. Wir können doch in Power. Wir können doch hier runter. Mit dem Boot komme ich von dieser Insel weg. So, machen wir jetzt auch. Wir hauen ab hier. Ja, leider etwas kürzer die Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn wir ein paar Headshots verteilen. Mir hat's Bock gemacht. Und ich hoffe euch auch. Und ich sag schon mal tschüss. Bis zum nächsten Mal.